Willkommen bei TV Höllnheim, der Sondersendung zur Bundestagswahl 2021. Unsere Kandidaten und unser Publikum kann dem Wahlorakel jetzt Fragen stellen. Hier ein Blick ins Publikum. Stellen Sie Fragen bitte. Stellen Sie Ihre Frage und das Wahlorakel wird eine Antwort geben. Ja, dann fragen wir mal. Wird Genosse Scholz Kanzler? Iiiiih! Wen willst du denn haben? Gibt etwa Genosse, wie hieß der andere, den nicht genossen, wie heißt der komische Vogel noch? Die alte Schwuchtel auch nicht. Laschet? Iiiih, die alte Schwuchtel, äh, uaah! Ja, wen willst du denn? Den Bayern haben oder was? Auch nicht. Honecker! 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 Der ist nicht fehlbar in seinem Sarg. Honecker, wo bist du recht geworden? Nee, der geht nicht mehr. Hier noch eine Frage aus dem Publikum vielleicht. Ja, dann kann es ja nur noch die Baerbock für ihn. Iiiih! Ja, wer dann? Honecker! Den gibt's ja nicht mehr. Oder willst du die Witzler von den, oder wie heißt die Witzler, ne? Von den Linken? Uaah! Du, wer, was, wie denn? Honecker! Uaah! Na gut, ich sage mal Hugo, äh, nee, Hubert vor Präsident. Honecker! Nee, Hubert, du Präsident. Honecker! Honecker ist tot.